Der schläft noch. Wo ist Mike? Der hat sich doch schon geheilt. So, und für die Hematokumpe sieht es ganz gut aus. Jonas Trölke ist in Führung vor dem Bahnebecker. Nur mal so zur Information. Ich habe letztes Jahr einen Lauf bekommen. Hier auf der Liste steht. Stocker-Tief. Aber jetzt ist das Bauer. Das geht nicht. Oliver Kapischke, Eileen Krugel, dann die beiden Kollegen vor dem Polis gehen. Wer sind die Leidtragenden? Wir müssen uns das Gelaber anbauen. Jonas, ich habe die Führung behaltet. Halt. Auf. Wir haben den Foto hier auf der Innenbahn. Wobei geht also, Neuer zweiter Startnummer 191. Oliver Kapischke. Der ist der letzte. Nein! Oh, das geht ja. Vorne ... Oh, hat sich ... Vorne nichts geändert. Noch nicht. Aber ich glaube, es ist noch eine oder zwei Wochen zu fahren. Da kann noch was tun. Auf dem dritten Platz. Da hinten dann die Rowdies. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Wer jemand zukomme, das ist ein Ziel. Das tut er. Also, Johnny, Formalie, Devin und Mike. Oh, 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 oh. Mike, jetzt holt sich jetzt mal. Wer hat sich das anhört? Mike kriegt jetzt gleich erstmal weg. So, dann noch die Lisa und meine ... Oh, 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 oh. Finde ich gut, dass sie nicht aufgegeben hat. Olli, verdrängt, um aufzurücken.